Es ist etwas unglaublich und besonderes, was passiert, wenn Menschen in einer Region zusammenkommen und die gleiche Vision haben. Ich bin total begeistert über Momentum Bautzen und freue mich, bei euch mit dabei zu sein. Wenn wir sehen werden, wie einfach hunderte von Menschen Leidenschaft für Jesus haben, sich gemeinsam ausstrecken nach dem, was Gott in eurer Stadt, eurer Region tun kann. Es ist mir wirklich eine Ehre und ein Privileg, zu euch zu kommen, zu euch sprechen zu können. Und freue mich, wenn du noch nicht angemeldet bist, mach das noch 11. bis 14. Oktober Momentum Bautzen. Wir sehen uns da.